5,4,3,2,1 wie ist das herkommen? wir sterben wie ist alle vor zum Boss? genau und die mit der Fläche gehen auf die Seite ok bitte vor eigentlich wieder verteilen? ne ne erst verteilen nachdem er sie gesaugt hat ok schön kicken die Axe kann man auch stunnen ja 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 Das ist das Hext, die man, wenn wir nochmal checken, bestellen oder so? Ja, automatisch, passt gut. Genau. Darauf was ich, die weg von den Flächen, das zieht. Die Ranges verteilen, jetzt müssen wir jetzt. Unter euch kann es sein, dass Leg Malti zu sparen. Ja, und dann wieder zusammenkommen. Okay. 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 Genau. 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 Und da sind alle, genau. Ich glaub ich dort sammeln kann Eben ist hinter so zwei Flächen vorne Ich glaube, ich bin hier 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 Die Lasten hier wieder... ...haut, okay. Den Trost, sorry. Brauchst du es durchziehen? Ja. Das ist durch, ich ziehe die Lasten halt einfach. Das ist irgendwie eigentlich zu easy.